Guten Morgen und herzlich willkommen zu den neuesten Meta-News an dem 23. April. Diese sehen leider nicht allzu toll aus. Wir haben einen ziemlich grauen und nassen Tag vor uns. Grunde ist die feuchte, kühle Luft, die von Nord her zu uns in die Schweiz fließt. Das bedeutet, dass es heute am Vormittag grau und regnerisch ist. Also zum Ausgehen ist schon am Vormittag zeitweise nass und entsprechend ungemütlich. Die Temperaturen starten jetzt am Morgen mit rund 8 bis 9 Grad. Am Nachmittag geht es ebenso trüb, Wolken verhangen und nass weiter. Es wird sogar noch häufiger nass werden als am Vormittag. Die Temperaturen machen dementsprechend auch keine grosse Sprünge. Es gibt in St. Gallen maximal 10 Grad und am Bodensee mit einem schwachen bis mässigen Westwind 12 Grad. Die Schneefallgrenze kommt bis am Abend auf 1200 bis 1500 Meter, aber in der Nacht auf den Sonntag und am Sonntag gibt es sogar Schneeflocken ab 500 bis 700 Meter. Auch am Abend eine ähnliche Schneefallgrenze. Erst am Dienstag geht es ein bisschen wieder auf. Aber schon in der Nacht auf den Mittwoch und am Mittwoch kann es wieder Schneeflocken bis gegen 500 Meter geben. Die Eisheiligen schlönen also zu in den nächsten Tagen. Das heisst auch, dass es zum Teil etwas Frost geben könnte in der Nacht, wenn es aufklärt. Speziell dann in der Nacht auf den Donnerstag. Für alle Obstkulturen natürlich ganz schlechte Nachrichten. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Trotzdem durchzogenes Wetter. Auf Wiedersehen und bis bald. wir haben heureutz Despot. Und das sind die Schneefallrand. Schneefall. Vielen Dank.